Hallo und danke, dass du bei uns reinhörst. Perspective Daily ist werbefrei, unabhängig und konstruktiv. Wir existieren aber nur durch die Unterstützung von Menschen wie dir. Wenn dir unsere Inhalte also gefallen, schau doch mal auf www.perspective-daily.de vorbei und teste uns mit einer kostenlosen Probemitgliedschaft. Mehr Infos und Links findest du in den Shownotes. Danke und jetzt geht's los. Unsere sechs Lesetipps für den Sommer Ein Urlaub ohne Bücher? Nicht mit uns. Das sind unsere Tipps für die Lektüre im Liegestuhl. Ein Text vom Perspective Daily Team, gelesen von Desiree Schneider. Für den Urlaub zu packen ist für viele eine eher lästige Notwendigkeit, für manche sogar purer Stress. Doch was in den Koffer wandert, ist immer eine bewusste oder unbewusste Entscheidung dafür, wie ich meine freien Tage verbringen möchte. Eine Entscheidung, was wichtig ist und was unwichtig ist. Was nehme ich mit? Die Arbeit, also den Laptop? Oder die unbequeme Eitelkeit oder gesellschaftliche Konvention, die ich eigentlich ablehne, also hohe Schuhe und einen Sakko? Wenn man das ein oder andere aus Gewohnheit eingepackte Zuhause lässt, bleibt zwischen Kleidung und Kulturtasche vielleicht noch Platz für mehr. Für Bücher. Denn mit Büchern verhält es sich anders als mit den meisten anderen Habseligkeiten. Sie sind nicht nur Tinte auf Papier. Mit ihnen packt man Ideen, Fragen, Gefühle ein. Eine Erfahrung über Nähe und was es bedeutet, sich umeinander zu sorgen. Oder die Frage, in welcher Zukunft wir leben wollen und wie wir mit der Welt um uns herum umgehen möchten. Falls du noch nach Inspiration suchst, welche Lektüre dich in den Urlaub oder an den See begleiten soll, stellen wir dir heute sechs unserer neu entdeckten Buchfavoriten vor. 1. Auf See Ein Blick auf die Zeit nach dem Untergang Yada ist 17 und lebt in der Ostsee auf der Seestadt. Von dort sieht man ein Meer voller Algen, Wracks, dahinter alte Windräder. Wir schreiben eine nicht allzu ferne Zukunft Deutschlands, eine Generation nach dem Chaos. Yadas' Vater hat die Stadt auf dem Meer gebaut und vom Untergang profitiert. Ihre Mutter, Hanna, zieht derweilen als Künstlerin durch die Betonwüste des verwahrlosten Berlins und wird von deren Wohnungslosen verehrt. Zwischen den beiden ProtagonistInnen wechselnd skizziert die Autorin Theresia Enzensberger eine Zukunft, die so nah an unserer liegt, dass es manchmal schaudern lässt. Dazwischen zeigt sie in einer fiktiven Dokumentation, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Individualismus, Privilegiertheit, Menschenfeindlichkeit, Propaganda und die Sehnsucht nach Sinn und Anschluss sind die zentralen Themen des Romans, den man wohl streckenweise dystopisch nennen muss. Die Autorin schuf seinen namensgebundenen Ort aus den echten Zukunftsvisionen des Silicon Valley und den heute kursierenden Ängsten um den Weltuntergang. Doch der Roman ist nicht zynisch. Es gibt auch spürbar Hoffnung, wenn Yada die behütete Seestaat verlässt, um nach ihrer Mutter zu suchen. Durch sie lernt sie eine neue Perspektive kennen. Und sie stellt die richtigen Fragen, hinter denen man die Stimme der Autorin deutlich hören kann. Wie schaffen wir stabile Gemeinschaften, die sich nicht abschotten, sondern eine lohnenswerte Zukunft erschaffen? Und welchen Utopien von Techmogulen sollten wir lieber misstrauen? Am Ende ist auf See ein sehr menschlicher Roman und eine weibliche Zukunftsperspektive, die LeserInnen dazu animiert, darüber nachzudenken, wie es anders geht, bevor es irgendwann zu spät ist. 2. Der große Sommer – Liebe, Angst und Sommerregen Eine Fünf in Latein macht Frieda einen Strich durch den Sommerurlaub. Statt mit der Familie ans Meer zu fahren, muss er die Ferien bei seinem strengen Großvater verbringen und sich auf die Nachprüfung in Mathe und Latein vorbereiten, damit er es in die zehnte Klasse schafft. Anders als erwartet wird der Sommer dann aber alles andere als langweilig. In Der große Sommer erzählt Ewald Ahrens die Geschichte eines Sommers, der das Leben von Frieda, seiner Schwester Alma, seinem Freund Johann und Beate, der Neuen in der Runde, für immer verändert. Neben dem ersten Sprung vom 7,5-Meter-Turm im Freibad und tiefgründigen Gesprächen in warmen Sommernächten sind auch Tod und Verlust Teil der Geschichte. Vor allem lernt Frieda in diesem Sommer jedoch, was Liebe sein kann. Von der ersten großen Verliebtheit, echter Freundschaft bis zur schwierigen Nachkriegsbeziehung seiner Großaltern, die er erst richtig versteht, als er die Ferien dort verbringt. Die Geschichte um Frieda war für mich die perfekte Urlaubslektüre und da ich die vergangenen zwei Wochen Urlaub hatte, weiß ich, wovon ich spreche. Leicht, aber trotzdem tiefgründig. So wie Ahrens Hochsommer-Regentage im Freibad beschreibt, konnte ich den warmen Regen beim Lesen riechen. Aber auch die aufgeregte Verliebtheit von Frieda und seine Angst nachspüren, als er fast einen Freund verliert. Der große Sommer schafft eine Art Flashback in eigene Jugendsommer am See und im Freibad, auch wenn die Geschichte von Frieda in einer anderen Zeit spielt als meine eigenen Sommerferien und er ganz andere Herausforderungen erlebt als ich vor einigen Jahren. Wer sich fragt, was ich damit meine, findet die Antworten in Ahrens Roman. Romane von AutorInnen aus anderen Ländern zu lesen, lohnt sich grundsätzlich immer. Denn egal, um welches Thema es geht, zwischen den Zeilen erfährt man auch etwas über die Kultur des Landes und die Mentalität seiner BewohnerInnen. 3000 Yen fürs Glück, ein Familienroman über die Kunst des Spahns von Hika Harada führt uns nach Japan. Dabei bekommt man nicht nur Einblicke in den dortigen Umgang mit Geld. Man lernt auch viel darüber, wie ältere Menschen in Japan gesehen werden und welche Rolle die Familie spielt. Die Fragen, die der Roman aufwirft, gehen aber über Ländergrenzen hinaus. Habe ich genug Geld? Was bin ich bereit, für finanzielle Sicherheit zu opfern? Was macht mich glücklich? Vier Frauen der Familie Mikuria stellen sich diese Fragen. Großmutter Kotoko, weil sie sich um ihre Rente sorgt. Schwiegertochter Tomoko, weil sie in ihrer Ehe unglücklich ist und nicht weiß, ob sie sich eine Scheidung leisten kann. Die ältere Tochter Maho, weil sie in Mutterschaft ist, aber für die Zukunft ihrer Tochter sparen will. Schließlich ihre kleine Schwester Miho, weil sie nach ihrem Studium gerade in die Arbeitswelt einsteigt. Der Roman ist voller kluger Tipps zum richtigen Umgang mit Geld für jede Lebenslage. Doch wer jetzt zum Gehen angesetzt hat, sei beruhigt. Die Geschichte liest sich so locker, die Handlungen bleiben so spannend, man merkt gar nicht, dass man nebenbei sein Finanzwissen auffrischt. Das Buch geht dabei unmaskiert auf unbezahlte Sorgearbeit und andere Ungerechtigkeiten ein, die auf traditionelle Geschlechterrollen zurückgehen. Beim Lesen bemerkt man kaum, wie moralisch aufgeladen all diese Themen sind, so gut erzählt und in die Geschichte eingewoben sind sie. Stattdessen porträtiert die Autorin die vier Frauen als selbstbestimmt und zeigt ihren LeserInnen durch die Entscheidung ihrer ProtagonistInnen auf, wie man sein finanzielles Leben wieder selbst in die Hand nimmt. Ein Zitat, das am Ende im Kopf bleibt. Dein Leben ist niemals unveränderlich, auch nicht mit 73. 4. Fass. Die Natur hält sich an kein Gesetz. Vandalismus, Hausfriedensbruch, Mord. Die US-amerikanische Autorin Mary Roach begibt sich für ihr neuestes Buch an Orte, an denen regelmäßig kleine wie große Verbrechen geschehen. Nur was tun, wenn die VerbrecherInnen keine anderen Menschen sind, sondern Tiere und die ein oder andere Pflanze? Alte Gerichtsdokumente zeigen, dass im 17. Jahrhundert in Italien sogar Raupen angeklagt wurden, weil sie an den Orchideen in einem Garten genascht haben. Die Angeklagten erschienen aber, Überraschung, nicht zu ihrem eigenen Prozess. Heute gibt es solche Verfahren nicht mehr, doch die Konflikte bestehen fort. Zitat, Natürlich handelt es sich dabei nicht um kriminelle Handlung im eigentlichen Sinne. Tiere folgen nicht den Gesetzen, sondern ihren Instinkten, schreibt Mary Roach in Fass. Die Interessen von Mensch und Natur kollidieren immer wieder. Roach schreibt von Bären, die in einem Luxusskigebiet die Mülltonnen von Restaurants plündern. Von Elefanten, die sich in West-Bengaleen mit Bier betrinken, die Ernte auf den Feldern der lokalen Bevölkerung zerstören oder gar Menschen todtrampeln. Von einem Leoparden, der zum Menschenfresser wurde. Mit einem scharfen Auge fürs Detail und mit humoristischen Beobachtungen in noch so ernsten Situationen ergründet die Autorin, welche traditionellen und technischen Lösungen für Konflikte mit Tieren gefunden werden. Dabei wird mit jedem Kapitel klarer, dass es im Kern keine Bärenprobleme, keine Elefantenprobleme, keine Leopardenprobleme sind. Meist ist der Mensch selbst das Problem. In Fass, When Nature Breaks the Law, das bislang nicht auf Deutsch erhältlich ist, schwingen hinter den konkreten Geschichten viele große Fragen mit. Woher nehmen wir uns das Recht, Tiere umzusiedeln oder sogar zu töten, wenn sie nicht so handeln, wie wir das gerne hätten? Was erwarten wir, was passiert, wenn wir immer weiter in die Lebensräume anderer Arten eindringen? Wer entscheidet, was ein Schädling und was ein schützenswertes Wildtier ist? Mary Roach liefert keine einfachen Antworten auf diese Fragen. Dafür aber jede Menge Stoff zum Schmunzeln und Nachdenken. Zum Beispiel darüber, wie wir auch hier in Deutschland mit den wachsenden Wolfpopulationen umgehen wollen oder, kleiner gedacht, mit den Tauben in unseren Städten oder Mäusen, die sich in unsere Häuser verirren. 5. 22 Bahnen, wenn aus der Schwester ein Mutterersatz wird Tildas Alltag ist strikt durchgetaktet. Neben ihrem Mathematikstudium hat sie einen Nebenjob an einer Supermarktkasse. Zusätzlich kümmert sie sich aufopferungsvoll um ihre zehn Jahre alte Schwester Ida und um ihre Mutter, denn die ist alkoholabhängig und depressiv. Der wichtigste Ort in Tildas Leben ist das Schwimmbad. Hier kann sie abschalten und den Stress des Alltags vergessen. Zitat Ich atme den Chlurgeruch tief ein, schmeiße meinen Rucksack auf die Bank neben Ursulas bunten Korb, ziehe das Kleid über meinen Kopf und springe kopfüber ins Wasser, tauche in den tiefen Bereich bis zum Grund, setze mich auf den Boden und schaue mir das Geschehen im Becken von unten an. Viele unkoordiniert zappelnde Kinderbeine und ein paar mehr oder weniger koordiniert zappelnde Seniorenbeine, tauchende Kinderkörper, gemischte Beine am Beckenrand, schreibt Caroline Wahl in 22 Bahnen. Als Tilda eine Promotionsstelle in Berlin angeboten wird, ist sie hin und her gerissen. Sie freut sich über die Chance auf ein neues Leben in der Großstadt. Doch wer kümmert sich dann um Ida? Tilda will ihre kleine Schwester auf die unberechenbaren Launen ihrer Mutter vorbereiten. Doch dann eskaliert die Situation zu Hause. 22 Bahnen erzählt von der Selbstermächtigung zweier Schwestern, die sich nach Normalität sehen. Trotz ihrer vielen Schicksalsschläge und scheinbar aussichtslosen Situation versucht Tilda ihrer kleinen Schwester eine schöne Kindheit zu ermöglichen. Mich hat besonders die Hingabe der großen Schwester sehr berührt. Der Roman von Caroline Wahl ist zur gleichen Zeit fesselnd, witzig und kraftvoll. Kein Wunder, dass sich die Verlage um das Manuskript gestritten haben und 22 Bahnen direkt auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. 6. Gotthassen – ein roher, düsterer Gedankendiamant Was habe ich da gerade gelesen? Das ist meine erste Reaktion, nachdem ich die 240 Seiten von Gotthassen in einem Rutsch aufgesogen habe. Durch den Titel und den Klappentext hatte ich einen autobiografisch inspirierten Roman über das eintönige Leben einer jungen Protagonistin in Norwegen der 90er Jahre erwartet, die vom christlichen Konservatismus ihrer Familie erdrückt in die Black-Metal-Szene und den Hass abtaucht. Die das Leben kritisch hinterfragt und ihre Jugend irgendwann verarbeitet. Diese Geschichte erzählt das Buch auch, nur überraschend anders. Stellenweise liest es sich wie ein Essay, dann wie ein Gedicht, ein surreales Drehbuch-Skript, ein düsterer Tagebuch-Eintrag. Nach und nach setzen sich diese Fragmente zu einem Kunstwerk zusammen. Zu Beginn des Buches war ich verwirrt von den abrupten Satzenden, Szenenwechseln und Gedankensprüngen, bis ich mich von meinen Erwartungen gelöst und mich der Bildsprache von Autorin Jenny Wall hingegeben habe. Wahrscheinlich wollte sie genau dies bei ihren LeserInnen erreichen, denn in ihrem Buch kritisiert die Autorin, die auch Sängerin und Tonkünstlerin ist, die starren und festgefahrenen Formen von Kunst. Zitat Zwischen 1990 und 1998 hasse ich Gott. Und ich sage das mit der Überzeugung einer echten Südnorwegerin in der Hoffnung, mithilfe der Sprache ein Grenzland zu erreichen. Ein Land zwischen Fantasie und Wirklichkeit, zwischen Materie und Metaphysik. Deswegen schreiben wir, um neue Orte zu finden, Orte weit weg von Südnorwegen. Schreibt Jenny Wall in Gotthassen. Auf der Selbstfindungsreise durch die Jugend der namenlosen Protagonistin behandelt Jenny Wall viele ernste Themen. Die LeserInnen lernen etwas über die Geschichte der Hexenprozesse, Feminismus, das Christentum und die Black-Metal-Szene in Norwegen und wie solche Subkulturen von Unternehmen als Lebensstil verkauft werden. Die Autorin kritisiert die mediale Vermüllung, das menschlich-binäre Denken und das kapitalistische System, in dem wir leben. Ihre Gedanken lesen sich roh, rau und laut und regen zum Nachdenken an. Ihre Sprache ist düster, direkt und teilweise explizit, auch was Gewaltszenen und sexuelle Beschreibungen betrifft. Doch unter der dunklen, bildgewaltigen Sprache liegen viele geniale Gedanken. Nun wünsche ich mir vor allem eins. Eine andere Person, die das Buch auch gelesen hat, damit wir gemeinsam darüber philosophieren können. So etwas hat schon lange kein Buch mehr in mir ausgelöst.